Yeah, 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 yeah Habt ihr euch mal die Frage gestellt? Liegt's an mir oder ist nur der Rest durchgedreht? Glaubt ihr auch, dass man auf dieser Welt Manches nur mit Humor und mit Spaß übersteht Dann kommt einfach her Denn davon gibt's hier noch mehr Herzlich Willkommen, alles klar zum Start Herzlich Willkommen mit Rückenwind Herzlich Willkommen, jetzt beginnt die Klassenfahrt Schön, dass wir für uns nicht die einzigen Bekloppen hier sind Habt ihr euch manches Mal schon gedacht? Es wär cool, diesem Alter komplett zu entfliehen Habt ihr bei den Gedanken gelacht? Wie das wär ohne Sorgen, um die Häuser zu ziehen Dann macht euch bereit Denn jetzt ist es soweit Herzlich Willkommen, alles klar zum Start Herzlich Willkommen mit Rückenwind Herzlich Willkommen, jetzt beginnt die Klassenfahrt Schön, dass wir für uns nicht die einzigen Bekloppen hier sind Es ist ne simple These, doch sie stimmt Alles macht mehr Spaß, wenn man sich mal ne Auszeit nimmt Wer immer allen Regeln folgt, der wird nicht glücklich alt Und mancher, der vernünftig tut, ist selber durchgeknallt Herzlich Willkommen, alles klar zum Start Herzlich Willkommen mit Rückenwind Herzlich Willkommen, jetzt beginnt die Klassenfahrt Schön, dass wir für uns nicht die einzigen Bekloppen hier sind Herzlich Willkommen, alles klar zum Start Herzlich Willkommen mit Rückenwind Herzlich Willkommen, jetzt beginnt die Klassenfahrt Schön, dass wir für uns nicht die einzigen Bekloppen hier sind Ta da! Untertitelung des ZDF, 2020